Und Moin Fail Fail Egal das schneiden wir jetzt nicht raus Weiter Weiter gehts hier Also moin moin meine Freunde und herzlich willkommen ich bin grad abgelenkt Bei einem weiteren Part von Let's Adventure Dingsda Bumsda irgendwas Wir waren zum Schluss stehen geblieben Nichts Ja ich weiß ja nicht wie ihr eure Videos nennen Ich guck eure Jani Ander also Ey Also Gunas guck ich nicht mehr an seitdem ich mit dem Quatsch Oh was ist das für ein Wunder Jetzt komm GT-Craft nochmal hin hier Kollege Ach geh ja kacken Ich will was GT-Craft Was bringt das denn? Bei mir lag das Da haben wir weiter Scheiße ich lauf einfach weiter hier Sinnlos Es ist übertrieben los dass er Ne Moment Ach da muss man hoch scheiße man Das geht gar nicht Das ist doch viel zu schnell Bei mir lag das Das war ich machen Mein Gott erst recht her Das pack ich niemals Gott Worte 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 Warum Worte Fehler eben schnell unsere Server zeigen wir den Tragos Server der stets zuverlässig ist wo gehen wir jetzt drauf ja auch nicht gerade oh man jetzt bin ich auch noch nie Tragos Server gut dann gehe ich jetzt drauf mal gucken ja achso du bist jetzt auf dem Buch ja äh wie jetzt ja geht da jetzt oder ja gut ich scheuen da mal wieder her so und er jetzt bin ich hier wieder irgendwo in der Stadt um ein Wörter geht gar nicht ich bin jetzt auch wieder ja das wäre nicht scheiße das ist einfach Spaß ja wo müssen wir was machen wir jetzt ja wir müssen Challenge 9 noch mal eine GT-Craft hat mich gerade teleportiert warte ich mach gerade ich mach gerade Film nebenbei an hab ich was zu tun das ist natürlich sehr nett von euch dass ihr noch da an der selben Stelle seid oh mein Gott oh mein Gott oh Gott ich hab ja bin bei dir dein Kopf war völlig ungedeht du bist vorwärts gelaufen hast aber vom Rücken aus her geguckt ich hab keine Äpfel mehr kann schon mehr welche haben willst du welche ja das wäre sehr nett noch eins dankeschön es reicht ja nimm's einfach ich hab noch genug so okay gut alle stehen rum genau wie geht's jetzt hier weiter und was wir auch verlinken müssen download links zur Map oh ja 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 wird alles schön verlinkt kein Thema wie kommt man denn au wie geht wie kommt man jetzt da hoch ja irgendjemand hat Mikroprobleme ja ich glaub ich weiß wer ich ja ich hab Mikroprobleme nein glaub nicht ich du hast andere Probleme ich glaube das ist GT Craft so hört sich's an was das ist dein Mikro irgendwie egal jetzt weiter geht's ich bin hier oben ich geh jetzt mal zur Musik oh ich bin anders bisschen hier Musik kann man ja hier in Minecraft gut ansehen da gibt's ja keine Probleme mit der GEMA oder so wir wissen es ja ist ja das geile daran naja ich höre ähm so von Hannah Montana einen Scherz genau geil oh mein Gott das passt zu seinem Style äh auf den Hunas Server läuft doch immer mit Mädchen so weiter ja und ich wechsle den grad zur Adventure Map immer um ne in meinem selbst gemacht ne ich extra für die Adventure Web gemacht Guna hast du ne Idee wo es weiter geht ne ok deine Mutter hat den Ausländen um was wird es denkt der da oben irgendwas ah da oben wird raus und jetzt eine Luke auf vor Ort zu machen genau Guna ja ich wollte mich grad zu dem Porten und was schreib ich der Stiftung Jakob 007 0 Guna Hetzlein nein verkackt yeah der Name das bringt eh nix da kommen auf der anderen Seite raus oder Anni ist ein anderes probieren einfach hier am Mann boah das gibt's ja nicht was eben ok dann ist eigentlich egal ja hier es war aufgenommen ja da waren wir gerade eben tja ur ich hätte gerne den Lösungsweg ja ihr solltet immer die Schilder lesen und man kann Englisch ich auch nicht also ich kann nicht so gut Englisch normal halt ne Apropos mich hat mal so ein Typ angeschrieben ne oh was für ein Wunder ich hab's geschafft yeah yeah hast du ihm gegeben Informationen ja hab ich jetzt gibt's hier schönes Goldnugget immer nice und dann ja verrottetes Fleisch braucht keine Sau oh Essen das braucht keine Sau verrottetes Fleisch oh Gott ey wer ist nun tot rohes Schweinefleisch guck dir die Aufnahme an aber wer wieso geiert ihr alle nach dem nach dem rohen äh Dings scheiß nein das hab nur ich ach so weil das bringt ja eigentlich keinen Vorteil das hat man ja nur in der Not okay das dürfte machbar sein hier Alter es laggt ey 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 was war das wer hat die Tür zugemacht ich wollte grad durchgehen so also kann mal jemand den Hebel betätigen bitte dann kann ich mal versuchen da rüber zu kommen Scheiße das ist ja das war richtig aber das geht über das ist richtig schnell vor allem lag das bei mir ich habe im Schnitt gerade mal 23 FPS wieso wir haben doch den Checkpoint komplett geschafft wir haben doch alles geschafft jetzt na dann ja aber hier geht's doch irgendwo noch weiter glaube ich äh wo geht's noch weiter ja hier Junge ich muss dich immer vordrängeln ich ich drängel nicht vor ich bin halt ich bin halt im Voraus schon da ach so ich so jetzt oh jemand dieses ich sollte öfter Shift drücken das wär von Vorteil oh Junge ich lass dir den Vortritt wow WTF wow das war was war das für ein Scheiß das hätte nicht sein müssen das macht uns den Weg viel schwerer nein das ist die nächste Challenge ach so nein ach nein man dann muss ich es wohl hier rüber versuchen ach man Jakob ich bin ein Hauptmann Witz wieder warum was ist denn mit dem Server los keine Ahnung äh geht aber noch nein ficken äh sorry mein Liebe machen ha ha Liebe machen geht das Server noch mal ja oh ich hab die Tür geöffnet ja ich hab 2 FPS der ultimative Minecraft Zocker das ist Guna LP er spielt in einer Profi Liga ja das ist seit 15 Jahren von behinderten Kindern geleitet heute wieso ich bin doch der Boss hier Schnauze so ein Spoiler ich so nicht dieser nicht so gut ich mein von den behinderten Kindern der Leiter welche Strom ich bin schon viel viel weiter ey kipp mal nicht immer so an alter jomm an alter hier nein scheiße ach heiliger Wimba ey Junge ja das ist das aber einfach auch Junge Alter ist auch so Standard bei mir bei mir Alter 10 FPS was soll das hat dich deine Mutter schon mal Hurensohn genannt meine Mutter deine Mutter ne aber einfach einfach hey dumm yes na endlich ich hab's auch mal geschafft hier ach man das war ja mal was hier obwohl es ging eigentlich war jetzt nicht so kompliziert oh und hier geht's grad schon wieder weiter mit dem nächsten Hindernis glaub ich und ich hab die Challenge geschafft warte ich schau mal bei dir Grüne bist du immer noch da oder äh ne ich hab's geschafft ach so hast dich TP'ed der Gerät dann mache ich auch mal weiter hier ich bin bei GT Craft ich teste das jetzt ja GT Craft ich meine wie heißt hier geht's raus ich bin ich bin Wladimir ja wir haben Wladimir Sonderbordbuch Wladimir 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 oh ja ich bin hier an der nächsten Challenge also okay ich tp nicht mal einfach ganz spontan wir sind hier angeblich nach so nein so das sagt man euch das machen leck leck ich weiß gar nicht mehr oh nö boah was geht jetzt hier mit der Tür ab oder was ist denn das alter ich bin gefangen boah mach die Scheiße aus ey das kann man ja gar nicht anhören so geht mein FDS im Keller ich kann nicht mehr raus boah ich hab boah hab ich schlecht hier wo kommst du nicht mehr raus boah mach die Scheiße Tür aus ey meine Fratzke bieter mich ja da bist du ja das ist ja ja was du denn sonst daran außer Mashi den Server und Minecraft das ist ja er nur in Mashi ja 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 großartig zu nerven von Leuten mach alles aus so okay wieso hast du das Ding verlassen was ah jetzt sind wir hier draußen Difficulty normal okay bite on okay 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 so wir sind schon mal die Minuten was ich hab das schon aufgeschrieben ich weiß schon wann was denn ich muss Lulu Commander darf ich Lulu gehen was soll das sein ja scheißen die scheißen kollege so ja 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 naja egal sei es der Megafail dann passt eh sowieso hab ich glaube auch mal gemacht so dann sind wir auch hier wieder angelangt und ja wir haben auch gleich schon wieder ja noch 3 Minuten und dann geht's wo sind schon wieder der Felix 3 Minuten dann ist vorbei was für ein Ding wo ist das Felix oh hier ist ein Team Team noch so ein Ding Augenring nein wo ist denn der Scheiß Guna Guna guck mal in meine Hand Slash tp hier ich habe einen Team der Felix hat den Server was was mein Server meiner nein wie schnell ist denn der Jacob Bale ist ja der Hammer hier Alter es geht es ja nicht nur gestoppt 191 ich bin ich bin immer drauf was also dies ist ein bewegender Augenblick ihr sollt ihr kommt mal eben alle zu mir da steht ich soll den den Teamblock dort bin ich bin dann auch mal hier ja er tp-t sich ganz einfach hier ja hau die Scheiße da rein ja hau's rein und dann mach Betz ja und zünd an den hab ich irgendwie noch äh soll ich dich tp'n? zündet an und sonst und ich an WTF ich hab gar kein Feuer Alter wie er reinschreit ins Mikro alter Schwede ah kann das nochmal machen was denn? ja jetzt tp? tp nochmal nicht tp ja normal so wo geht's denn hierher? Jakob Jakob boah Hühner Hühner am Start da gibt's Fressen also irgendwie funktioniert hier was bam bam so alle da wo geht's hier hoch scheiße boah ey wie oft sag ich eigentlich scheiße im Let's Play das muss ich mal unterlassen das geht gar nicht das regt mich selber auf hier da kommt TNT runter so dann wo kommen wir dann hoch? hier bildet sich ganz spontan eine Treppe aha wow ok so lauf 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 warum ich geh mal weiter Stage äh 11 bis 5 11 von 5 quasi was war denn? hier grad aus oder? weiter was war denn? Guna Guna Hilfe was war denn? oh alter das kann ich doch nicht bringen der ist so scheiße ey aber wir ziehen das durch äh falter äh ich ich informiere hier mal eben den Weg 4 was das große da weiß man ja gar nicht mehr wo man hin will 11 bis 5 11 von 5 ok ok da gehen wahrscheinlich die Pistons raus wenn ich hier den Schalter betätige ja super was bringt mir denn das? ist ja irgendwie voll logisch wie will ich dann da rüber kommen? da muss es noch einen anderen geben denke ich mal ja genau da ist noch ein dann versuche ich es mal ah wieso ging denn jetzt die Tür hier zu? ok dann mach nochmal aus ach ne es bringt ja eh nichts wenn ich da jetzt rüber gehe ich bin ja eh schon drüben ach so ja natürlich wäre ein bisschen dumm ja unnötig hä? bisschen hat mich jemand weht nehmen einer wie mir leckt so derbe 18, 19 FPS boah ja wir zerstören hier mal eben die Pisten sollen wir das nicht ich bleib einfach mal hier stehen und dann ja weil sonst äh sieht das in der Aufnahme kacke aus kacke ne 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 auf anderen auf anderen Servern läuft das flüssig wie sonst was ja was denkst du denn flüssiger nein wtf wo bist du ja so jetzt sind die Pistons aus soo ja sind sie gut dann 21, 22 ich sollte es ist wirklich nicht viel hier also an FPS vorhanden das wird ja lecken im Let's Play und ja und ich weiß auch wieso es geht nicht das hat er eigentlich nichts zu sagen ja bei mir ja nicht aber wenn er ist es besser ich grad mal da oben ich hab 20 ich habe 30 ich ich 50 ich hab ich nur noch 8 du hab gern nicht so ein du hab gern nicht so ein Krüppel ich hab kein Krüppelintern ja genau wir wollen dasselbe sagen 32.000 da ich glaube es hakt hier das 25 und und hat Kruppel Internet was zum Beispiel ich bin da es geht hier ab passiert hier der Trommel entweder der oh man Nico was hab ich gemacht oh mein Gott wo bist du ist das denn was soll ich das war da oben er voller wo ist denn der Scheiß was in die Kacke Alter! Oh Mann, das geht gar nicht hier. Boah, jetzt beruhigt euch mal. Oh, ich verpiss mich, ey. Leute, ich geh raus. Ich geh raus. Ey, das kann man nicht... Das kann man nicht ertragen. Boah, mach die Scheiße raus, ey. Alter! Ich hab doch nur ein Scheißer umgelegt. Komm, mach aus jetzt. Danke. Boah, alter, die Framezahl ging runter in den Bach, das... ...Krammer 18. Boah, wieso macht ihr nur Bäm, 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 ey? Kann mich mal, ey, mal zähl hin, bei mir hängt das. Bitte. Bitte. Tippe mich mal, Jakob, bitte. Jakob. Hä? Ich höre nur... Boah, ey, wieso macht hier denn alles Bäm? Das ist... Du bist doch da, Nico. Jungen! Lass doch mal die Scheiße. Das, das... What the fuck? Was... Wo ist das TET? Wo, wo, wo extrudiert ihr da und was? Alter, Mann, ey, das taugt nix fürs Let's Play, ich sag's euch, wenn jetzt nicht einer aufhört, mal zu sprengen. Ich werde jetzt... Aldo, wenn wir die Map demolieren... Ich werde jetzt einmal eben jetzt demolieren... Jetzt will auch... Ich werde... Ich werde... Ich werde jetzt auch noch einmal kurz sprengen. Weil, ich glaube, dort sind die Türen. So, und jetzt reicht's, bitte nicht mehr sprengen. Ja, ich hab die Türen erfolgreich. Och, Mann, ey, das macht keinen Spaß, mit gerade mal 13 FPS am Start, das kannst du nicht, das kannst du nicht da hochladen. Aber ich mach's trotzdem. Woran liegt denn das? Wir hatten so'n scheiß Internet. Ich weiß es nicht. Oh, ich mach hier die Pisten. Boah, Alter. Deswegen, ja. So. Boah, wieso immer noch 16 FPS? Was soll'n die Kacke da? Äh, bei mir nicht. Bei mir nicht, mein Dank. Ja, klar sollte man sie beenden. Ich hab 30. Also, Leute, haut rein und bis dennne. Ciao. Okay, ähm... Ja. Ciao.